Ich hoffe, jeder versteht, wir verteidigen auch euch, jeder in Europa. Das ist eine große Tragödie. Tragödie nicht nur für unser Land, das ist Tragödie für sehr viele Länder. Und ich möchte auch sagen, das ist eine Tragödie für Russland, weil alles, was in Russland passiert, das passt nicht im normalen Verhältnis. Wir wollen nicht, in einem Land zu leben, wo es keine Menschenrechte gibt, wo es keine Pressefreiheit gibt, wo es keine demokratischen Werten gibt. Und den Sinn, in diesem Krieg kann ich auch beschreiben, den Sinn, weil Putin hat eine kranke Vision, eine große russische Imperie aufzubauen oder die Sowjetunion wiederzubauen. Und wir haben unsere Vision, ein Teil von europäischen demokratischen Familie zu sein. Und deswegen, wir haben verschiedene Werte, deswegen haben wir verschiedene Ziele. Liebe Grüße aus Kiew nach Leipzig. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.